hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen folge sandland wir sind in den aro dorf ruinen angekommen und wollen uns jetzt hier mal umschauen hier geht die quest weiter bevor er wird erst mal gelootet denn in ruinen braucht keiner den krempel da gehen wir rum ich muss hier noch so machen das kann ich den einsammeln nee das ist nur so ein site scorpion ja ich frage ich auch wo die leute sind ja das dangerous ist habe ich schon gemerkt da oben ist vielleicht eine da vorne ist wieder so eine höhe da aber da muss man eh lang gehen also können wir erst hier das ding nehmen dann können wir nämlich das auto mitnehmen ich bräuchte eine fernsteuerung fürs auto damit ich das mehr zu mir fahren kann mal gucken vielleicht ist ja doch noch eine hier ich kann mit ihm reden so was should we do without provisions surely our only choice is to turn back müssen selber vorrede finden wir sind doch krafter und erkunden there should be a town called talbo not too far from here not that i have any money but we'll figure something out sounds like we don't have a choice find then let's get moving all right shall we get back to the car hier haben wir noch eine quest ach ja hier ist noch einer der hat ja ein cooles vieh dabei kann ich sein loot erst mitnehmen ah ja ich kann sein loot mitnehmen dankeschön in hinten keine angst hatte ich jetzt nicht vor so schnell endete die weitung so it changed his tune quickly what are you doing here oh i'm just a humble peddler traveling all over this kingdom to sell my wares i'm running low on inventory so i'm heading back home just happens so you don't live here of course not this village was abandoned ages ago why's that well this and that happened and the residents went away how about being less vague this whole village was built from the ground up during the old war to create a safe place to send civilian evacuees but when the war ended so did the royal army supply shipments that cut down the population lickety split and as if that wasn't enough nearby bandits started raiding the place once the army pulled out of the area what you see before you is the result you'd better watch out for bandits yourselves okay here are bandits here and have stopped raided and i saw me for bandits hüten like petty thieves are gonna scare off a fiend well you never can be too careful you know what they say an ounce of prevention is worth a pound of cure on that note check out my wares they're sure to come in handy on your travels so was hat er denn gutes gesundheitstrank kraft serum erhöht vorübergehend den angriff ah da steht einfach power drauf und tough erhöht die verteidigung leicht ich brauche eigentlich nur gesundheitstränke aber ich glaube ich kaufe erst mal gar nichts denn ich weiß nicht wie wichtiges geld wird ah wie viel geld kriege ich ein zweitklassiges kabel also raptor schuppen könnte ich auf jeden fall verkaufen aber erstmal behalte ich alles weil ich weiß nicht wann ich es brauchen werde pflanzenrohrstoffe aber ich bin noch nicht sicher ob alles wieder spawnt also die kraftoren sind auf jeden fall wieder gespawnt das könnte ich verkaufen aber ich werde erst mal einen krempel brauchen denke ich deshalb behalte ich mal alles und gut immerhin kann man hier schon was kaufen ah jetzt habe ich auch einen händler auf der karte sehr gut weil ich brauche ja wahrscheinlich auch ein bisschen geld um mir dann vorrede zu holen ist hier noch irgendwas ich will nach vorne gucken wir hier rechts in der höhle was es hier gutes gibt das sind gar nichts hm ein notebook candles someone's living here weird i don't sense any humans probably a traveling merchants camp it's not safe in these parts they're playing by bandits i'm guessing a merchant's been hiding from them ja okay ihr kriegt eine hinweise dass in der nähe irgendwo ein händler ist den haben wir ja gefunden den händler i just go beat those planets black and blue instead i suppose you would prince i suppose you would ah kaktus gibt kaktus ja hut ich nicht mich er löser ja ja was ich es ich es es ich ist da mit einem boost soll ich da durchfahren? Okay. Das ist interessant. Okay, da muss ich nach so Dingern auch Ausschau halten. Was ist da da her? Da hat er dieser Stein. Moment, oben. Nee. Hier, arms wird's kalt. Hey, was it really better in the old days? Here we go. Good question. The world's taken a turn for the worst, sure. Take that! The humans had plenty of problems back then, too. Ne, das kommt zu mir, oder? Perhaps. We were never half as cruel as you demons. Ja. Ach, ich könnte hier aber immer so'n Markers setzen. Ich glaube, ich konnte verschiedene Markers setzen. Pin löschen. Okay, ich kann ganz viele Pins setzen. Ne, ich kann immer nur drei setzen. Setz ich hier mal einen hin. Ja, ich will nur umpringen. Here we go! Ah! 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 Oh, der oben ist irgendwie was. Ich glaube, hier komme ich noch nicht hoch. Was ist das für ein cooler Felsen? Boah, da sind andere Raptoren. Ah, okay, wir brauchen ein Fahrzeug, das springen kann. Gut. Dann kommen wir da erst mal noch hin, aber hier drüben können wir reingehen auf jeden Fall. Ist hier oben noch irgendwas? Okay, wenn er das immer sagt, muss ich mein Gear mal checken. Mhm. Das sieht jetzt nicht aus, als wäre schon was Nützliches da. Ich denke mal, bis hier ist noch alles okay. Okay, wir fahren mal weiter. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich werde auf jeden Fall von denen auch noch welche killen. Hier geht's. So far so good. Geht's ja in der grüne Stubbe erhalten. Die ist auch noch eine Hilfe. Nee, das ist einfach nur Erz oder so. We'll probably find traveling merchants on the main roads. They roam over Sandland, peddling their wares to all comers. Fellow travelers, huh? If we find any, let's stop and compare notes with them. Ich glaube, ich kann noch nicht so hoch springen. Doch. Naja, egal. We might be able to reach these inaccessible spots one day. Na gut, dann fahren wir erst mal weiter. Bringt, glaube ich, nicht so viel. Sehe ich irgendwo, wie viel Erfahrung ich hab. Fertigkeitenpunkte. Ach da, 87 und 200. 200. 200. Das ist echt viel. Was? 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 Es war in der Krieg, ja. Aber Böse ist Böse. W-Ware, hm? Das ist ein bisschen ernstes Ding. Ist er direkt näher, er hat sie überlebt. Es ist mir schwierig, die zu überfahren. Dothorn ist einfach weg. Ich kann gar nicht alles, ich muss sie umbringen, auch wenn ich 50 umbringen muss für einen, der will. Boah. Scheiße. Das ist ein bisschen. Ja, einen Merchant haben wir ja schon gefunden. Freunde, Traveller, hm? Wenn wir einen finden, stoppen und vergleichen mit ihm. Hier geht's. Große hier, oder? Gut. Sandland ist große. Es macht Spaß, hier zu verprügeln. Aber es braucht echt viel Erfahrung. Normalerweise ist es, also bei den meisten Spielen ist es ja so, dass man ruckzuck mal ein Level steigt. Wenn man ein paar Viecher gekillt hat, gerade am Anfang. Aber hier brauchten wir doch deutlich mehr. Ja. Ich bin gespannt, wer ist der zweckend-stronngest demon in der Stadt? Was ist das Rock? Es hat ein paar Schäden auf dem. Ah, das ist ein Bandit. Sie benutzen sie ihn um ihre Territory zu markieren. Es wird ein paar von ihnen stülpeln, um diese Region zu spüren. Ich mag das Geräusch. Wie geht es ein bisschen ein Bandit-Bandit-Batt-Kick? Nein, nicht in irgendwelchen Umständen. Zu spät. Ich will auf jeden Fall die Diebe bekämpfen. Ich muss gucken, wie stark sie sind. Wann die Sachen eigentlich dann... Ach ja, die gefundenen Höhlen sehe ich dann, glaube ich, oder? Wohl, die waren nur noch viel mehr auf dem Weg hierhin. Obwohl, ich bin von hierher gekommen. Ich kann gar nicht anders. Ich muss unbedingt mit den Baditen kämpfen. Hoffentlich sind die nicht viel zu stark. Was ist denn das hier? Oh, hier komme ich auch noch nicht hoch. Wohl, kann ich auf mein Auto springen, vielleicht. Sieht nicht so aus. Boah, ne, die haben Level 6. Die sind echt viel zu stark. Ha, ich glaube. Und in no circumstances soll ich zu denen gehen. Also ich soll sie auf jeden Fall meiden, die Diebe. Und es sieht auch aus, als sind die noch... ...die dieben zu stark für mich. Oh, das ist noch praktisch nicht. Oh, das ist noch praktisch nicht. ... ... ... Gut, die Banditen greifen mich an. Und wenn ihr wissen wollt, ob ich eine Chance gegen die Banditen habe oder ob sie mich einfach elendig platt machen, dann müsst ihr morgen wieder einschalten, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Sandland. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr seid die Besten, bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.